Was ist das? Ich bin nicht mehr. So weiter gehts. Oh die sind ja gar nicht so groß tatsächlich. Ich dachte die werden stärker. So, wie ist das? Ich bin nicht mehr. 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 Nein, ich bin nicht mehr. Das ist es, dass ich seine Arbeit so, dass es 6割 kostet. Das ist ziemlich genau, Herr Herr. Wenn Sie an Zutaten fahren, Sie müssen nicht dieubegleichen erfüllen. Es geht nicht nur mit meiner Leute. auch mal ein bisschen hier um geht ja auch und man benutzt es auch viel zu wenig und also dass sie also hätte ich nicht gedacht dass es hier noch einen weiteren stadtteil ich weiß nicht was mit stil gemeint ist aber ja krass und auch mit ich dachte das wäre irgendwie ein buch oder so zum verbesserung für irgendwas aber nie war es nicht und man kann auch ein ego fest die brennen das wusste ich gar nicht ich bin ich bin ich 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 so ich habe es mir aufgeschrieben hier ist auch noch mal ein tue klar war ich bin mal ein bisschen ruhig weil das echt also hübsch selbst könnte hier stehen und das komplett beobachten hier das teil wir sind angekommen sprechen noch mal mit denen ja vielleicht können wir den rekrutieren dann nehme ich nicht ja 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 dann und ja ja Was? Okay. Was? Das war's für heute. So, die Sequenz hält mir schon mal, deswegen habe ich hier mal übersprungen. Boah, 20.000 Erfahrungen. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst, aber wir gehen natürlich weiter. Okay, ich habe nichts verpasst, aber ich habe nichts verpasst, aber ich habe nichts verpasst. Ich habe nichts verpasst, aber ich habe nichts verpasst. Ich hoffe, ich gehe nicht zu verschwenderisch mit meinem Mana um, aber ja. Ich habe nichts verpasst, aber ich habe nichts verpasst. Ich gehe nicht mehr auf diekung. Ich gehe nicht darauf, was ich verstehe. Ich bin glücklich. Hm. Oh, das ist für mich! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Okay. Aber man merkt schon, die sind deutlich stärker. Das war's für heute. Okay. 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 Ich müsste mal testen, kann ich hier speichern? Nein, also wenn wir sterben, dann sterben wir leider. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, okay, noch was schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. ich bekämpfe immer so klassisch ohne mann irgendwelche super fähigkeiten hier zu nutzen ich bin Das war's für mich. Das war's für heute. Das ist gut, was ich? Ich zeige euch! Was hast du wieder? Ich glaube auch, das wird jetzt die vorletzte Etage sein, dann bringt das ja gar nichts mehr, weil die sind dann ja Level höher als ich und dann schaffe ich das ja eh gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr. Das war's für heute. 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 damit habe ich zwar jetzt nicht gerechnet aber doch schnell ich bin Wir sind alle vergiftet. Und auch die Gegner. Warum? Oder das ist eine Challenge. Keine Heilgegenstände benutzen, während man vergiftet ist. Das glaube ich eher. Das war's. 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 gibt es ja auch ein checkpoint das würde ich jetzt gerne wissen eigentlich ich glaube da gab es ein checkpoint bei 9 oder so was denn ich würde sagen ich würde jetzt hier aufhören wir haben jetzt genug gekämpft ja ich glaube wir hatten ein checkpoint irgendwo aber ich habe das irgendwie weggedrückt und ja das war die kampf arena wir haben ein bisschen gelevelt und ich würde sagen in der nächsten folge werden wir zum hauptquartier der umi allianz gehen